da bin ich wieder auf dem weg zurück wir haben auf jeden fall in einen durchgang gefunden hier war ja dieses aufgebrochene ding genau genau den kann man hier durchsuchen das wusste ich gar nicht so dankeschön hat er noch irgendetwas anderes mehr vielleicht ok das war's und jetzt kann ich quasi zurückgehen dadurch dass ich das habe ich bin jetzt wieder vollständig geheilt werde ich das jetzt auch gleich nutzen die heilung ich habe mit dem medica die ich bekommen habe und werde auch gleich mal rüber gehen so und los geht's also ich hoffe ich finde die stelle wieder die ich da gehabt habe und einmal hier durch genau jetzt lasse ich mich mal überraschend muss ich das noch finden dann ist alles schick die waffen die fliegen immer noch durch die gegend das war glaube hier lang diese tür ließ sich vorhin überhaupt nicht öffnen aber hier war ja noch was gewesen ja genau das deswegen aktiv das nicht mal los hier in der neue waffen ich glaube hier ist die schwerkraftlos ich bin mal gespannt was das hier alles so ist dann bin ich eigentlich auf der richtigen seite scheint so ich habe glaube ich bin irgendwie an der richtigen seite ach du schande munition habe ich ja kann man jemandem vorgelegt geben geringe energie ich bin ich mir fast die stimme weggeblieben jetzt speicher ich mal lieber schnell so guck aber erstmal ob hier unten noch irgendwas ist gerät gerät unzureichend ja mein gerät ist immer echt unzureichend gut dann gehe ich mal hier durch da hinten ist irgendetwas ich habe das gefühl ich habe das gefühl ist das was gutes ne so ähm das ist ein sensor kann ich jetzt irgendwas machen damit also sensoren habe ich irgendwie schon hier sind irgendwie sporen in der luft okay hier kann man hier kann man irgendwie sich verstecken genau also ich kann jetzt hier rein ich muss das mal zurückverfolgen dann kann man jetzt hier lang gehen dann kann man jetzt hier lang gehen okay ich will aber erstmal weiter runter bevor ich diesen gruselweg lang gehe in der hoffnung dass hier noch irgendwo was versteckt ist aber hier ist auch nichts mehr das bedeutet das spiel möchte ich möchte äh das spiel möchte unbedingt was ich nicht möchte dass ich da oben lang gehe ähm da lang ich habe Hunger die haben Burger da? Mega Burger? Pizza? ist ja geil so speichern damit ich das gefundene Material jetzt nicht verliere ähm okay eine Waffe habe ich schon mal Schlüsselkarte wird benötigt ich habe doch gewusst ich habe irgendwo was übersehen vielleicht da drinne? nö äh äh hier vielleicht irgendwo eine Schlüsselkarte war da war da nö die haben alle die gleiche also wenn die Schränke sind alle von innen gleich aus also muss immer die gleiche Person sondern gewesen sein die muss immer den gleichen gehört haben hier auch? vielleicht? jup jup ich guck mal hier auf den Boden vielleicht ist hier irgendwo eine Schlüsselkarte die hier rumliegt nö hier liegt auch nicht rum die sind alle schön sauber aha was heißt hier kommt man noch automatisch nicht mehr zurück unzureichend Strom da wo ich herkam ist jetzt dicht komm mal was wolle ich bin also gezwungen hier unten rum zu laufen die Schlüsselkarte zu suchen wo auch immer die sein mag ich kann ja hier drinnen nochmal gucken vielleicht habe ich die ja vielleicht irgendwo auf dem Boden übersehen könnte ja sein Bindemittelsensor nö geh wieder zurück und geh jetzt mal wieder hier lang nö wo komm ich denn hier lang ist ja großartig vor allem was davon Luft drin ist nö hier an der Ecke ist auch nicht hier die Tonlicht wird alles super sauber gerätunzureichend nö 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 Weil hier sind ja echt komische Geräusche. Hm. So, hier ist auch nichts drin. Jetzt gehe ich mal hier bei Dings rein und lasse mich mal Okay. Ich speichere lieber nochmal ab.